Der Titel auf dem Bild ist Urlaub in Schweden. 2020 reiste ich mit meinen Freunden und ihren Eltern nach Schweden. Mein Freund hat eine Verlasen-Farm da drüben. In dem Vordergrund sieht man die Menschen, spielen Musik. Links sieht man zwei Gitarristen und rechts sieht man einen Hund. Der Hund heißt Vigo und er ist sehr schön. Im Hintergrund sieht man eine alte, schöne, man kann Dart und Tischtennis spielen da drinnen. Die Geschichte hinter dem Bild beginnt mit der Autofahrt. Wir haben die ganze Zeit laute Musik gehört und der Fahrer wurde müde, aber es war okay, viel mehr Spaß hatten. Wir machen lange Spaziergänge in Schwedens schöner Natur und wir haben gut gegessen jeden Tag. Wir badeten, aber es war kalt, aber es war eine gute Reise. Ich hoffe, es lasst sich wiederholen. Das war's alle. Auf Wiedersehen.